Ja, hallo, hallo, warte mal, ich bin jetzt ja undeutlich hier, ne? Ja, wie auch immer, scheiße, ja, ich will nun mal jetzt kurz eine Videoantwort machen, hier, das ist hier mein Lieblingsstück von Sisters of Nazi, finde ich so geil, die hatte ich auch live gesehen, in der Deutschlandhalle war das, Mann war das abgefahren, okay, ciao.